Hallo, am Sonntag, den 15.03.2020, finden in Bayern die Kommunalwahlen statt. Mit ihnen wird der Gemeinderat und der Kreistag gewählt. Aber was sind das für Räte? Betrifft mich das überhaupt? Ja, auf jeden Fall sogar. Sie sind, quasi ähnlich wie der Bundestag, Vertretungen der Bürger. Gerade jetzt, wo Rechtspopulisten immer lauter werden, sind demokratische Parteien besonders wichtig. Gut, aber was macht ihr für mich? Im Gemeinderat werden viele Entscheidungen für das Allgemeinwohl, also für uns alle, getroffen. Es fehlen junge Mitglieder, die genauso denken wie du und die auch Ansprechpersonen für dich sind. Wir wollen zum Beispiel das Fahrradfahren attraktiver machen und somit den Klimaschutz vorantreiben. Die Verwaltung soll moderner und digitaler werden. Du solltest zum Beispiel Behördengänge online jederzeit von zu Hause abwickeln können. Wir fordern mehr frei verfügbare Räume im Zentrum, auch für Partys. Wir sagen auf jeden Fall Ja zur Vielfalt in der Gesellschaft. Ihr habt mich überzeugt. Wie kann ich euch wählen? Wir haben einen Kandidatenflyer, da steht eigentlich alles drin. Den und weitere Infos zur Wahl, auch wie gewählt wird, kannst du dir auf der Internetseite www.für-feucht.de runterladen. Außerdem findest du im Netz einen Instagram-Account von den Jusos Nürnberger Land. Und mich findest du ebenso auf Facebook. Wir wählen die SPD und unseren Kandidaten Björk Kotzow. Bis zum nächsten Mal.